Enthüllt. HSV wollte dasjenige Bayern-Duo in dem Sommer verpflichten. Der Hamburger SV war in dem Sommer dem Augenschein nach daran interessiert, zwei Talente des FC Bayern München zu verpflichten. Letztlich scheiterten beide Transferversuche. Von dem Hamburger Abendblatt standen Paul Wanner und Franz Krätzig auf der Wunschliste des HSV. Die Rothosen hatten lautes Berichts zeitig Gespräche aufgenommen und waren an einer Laie der beiden Spieler interessiert. Bei Paul Wanner war jedoch schnell klar, dass der HSV keine Möglichkeit hatte. Das Management des 18 Jahre alten Offensivspielers bedankte sich freilich für dasjenige Freundlichkeit, machte aber deutlich, dass Wanner in der Bundesliga der die das ihm gehörende Karriere fortfahren wolle. Direkten Verhältnis nebst dem HSV und Wanner gab es demgemäß nicht. FC Heidenheim und zeigt vorhanden starke Leistungen. Wanner spielt dieserfalls auf Leihbasis bei dem 1. In den ersten vier Spielen erzielte er vier Tore und bereitete zwei Alternative vor. Heidenheim steht derzeit an der Tabellenführung der Bundesliga. Und Wanner verhalf dem Team außerdem zu einer Potenzial für jene Gruppenphase der Conference League. Sein Abkommen bei dem FC Bayern läuft noch so lange bis 2027. Hamburg geht selbst zusammen mit Krätzig hohl aus. Die Verhandlungen des HSV mit Franz Krätzig verliefen hingegen dem Augenschein nach intensiver. In einem persönlichen Gespräch zeigte der 21 Jahre alte Linksverteidiger laut des Berichts Freundlichkeit an einem Umbruch hinter Hamburg. Doch wie der VfB Stuttgart in das Rennen einstieg, kam der HSV zwar nicht viel mehr in Frage. Krätzig wurde nachfolgend von den Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Dort bestritt er bislang drei Pflichtspiele, in der Tiefe dasjenige Bundesliga-Auftaktspiel gegen den SC Freiburg, beim R in der Startelf stand. Er wurde jedoch hinter von guter Qualität einer Stunde ausgewechselt. Auch Krätzig ist so lange bis 2027 an den FC Bayern gebunden.